Was geht ab, meine Nachfries? Mein Name ist Sophie und ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Wir haben heute wirklich eine Reihe an super interessanten Themen und gegen Ende hin reagieren wir auf Shindis Weihnachts-Special-Song an Kohle und Farid. Ich würde aber sagen, wir fangen mit etwas ganz anderem an und zwar, gestern hat eine Sache eine Runde gemacht. Ich sag mal, Beziehungsdrama in der Szene, könnte man vielleicht sagen, die Old Times, ihr wisst, Nordamer Musik-Type-Thing. So, und zwar, was ich genau meine, ist folgendes, Shopaholic über Aliva und Mero. Schauen wir rein. Alle wollen, dass Mero und Avila zusammenkommen, aber keiner erzählt, dass Mero im Sommer im Beach Herzschmerz wegen ihr hatte. Und dann kam Hava dazu gestoßen und schrieb, ob es stimmt oder nicht, aber ich finde das so uncool, sowas zu droppen auf Kosten anderer, nur für einen coolen Thread. Bleib lieber bei Robert Kuntz. Der ist indeed crazy, der Satz. Schauen wir weiter. Ich weiß nicht ganz genau, was die Aussage dahinter sein soll. Sie liegt anscheinend, oder sie denkt, leaken zu können, dass da anscheinend vielleicht hinter der künstlerischen Zusammenarbeit zwischen Aliva und Mero etwas mehr ist. Nichtsdestotrotz, wenn es wahr sein sollte, finde ich, ist, wie gesagt, Hava schon, gebe ich Ihnen recht, sehr, sehr asozial, sowas zu leaken. Und wenn es halt gelogen ist, ist es natürlich umso schlimmer, halt Gerüchte verteilen. Das hat auf jeden Fall die Runde gestern Abend gemacht und es scheint, dass Bushido in einen kleinen Shitstorm reingeraten ist. Und das wegen dem erst kürzlich erschienenen Interview mit Cheyenne Garcia. Okay, ich werde euch jetzt erst einmal den Clip zeigen, der für viele Bushido in dem Moment sehr, sehr unsympathisch gemacht hat. Let's go. Meine Depression, ich habe jetzt, ich war die letzten zwei Monate, gehe dreimal die Woche für eine Stunde zu jemandem. Weißt du, warum ich mit diesem Hurensohn Bones ein Beef angefangen habe? Weil er mich genau für diese Situation ausgelacht hat und deswegen fick ich seine Mutter. Ich habe ja auch so einen Schritt jetzt letztes Jahr, nee, dieses Jahr noch schon gemacht, wo ich auch gesagt, ey, hör mal zu, ich bin krank. Ich habe Depressionen. Lasst mich alle in Ruhe. Seid ihr mal, habe ich auch Ruhe. Ich habe das Video gesehen. Danke, dass ihr euch da amüsiert. Die Spezialeffekte, wer hat das geschnitten, ja? Die Spezialeffekte sind crazy. Ich habe Depressionen. Lasst mich alle in Ruhe. Seid ihr mal, habe ich auch Ruhe. Ich habe das Video gesehen. Danke, dass ihr euch da amüsiert. Ey, das ist voll, ey. Das tut mir gut, das gefällt mir. Das tut mir weh, wirklich. Die Spezialeffekte sind insane, wenn wir das geschnitten haben, ne? Einfach nur gottlos. Typ ist ein, wenn du so willst, ein Psycho, Alter. Kein Respekt, mein Mann. Es hat doch selber so eine Situation gehabt, wo du über sein Schweres redet, war bei einem anderen Lack der. Kennst du das? Hör mal zu, ich bin krank. Ich habe Depressionen. Ach so. Ich habe auch gesehen, wie er gerade anfängt zu klingen. Ja, ja. Der Unterschied zu einem Nicht-Narzisten besteht schlicht darin, dass der Narzist im Laufe seines Lebens gelernt hat, Empathie ein- und wieder auszuschalten, je nachdem, welcher Modus ihm gerade nutzt. Das war echt, das war Bruder, das war von Herzen, Bruder. Ja, das ist er. Ja, das ist er. Ja, das ist er. Ja, das ist er. Ist das wirklich so ein ekliges Gefühl gewesen? Das Video ist online gekommen, wie ich mich drei Tage lang gefühlt habe. Und das war nicht so schlimm, wie gerade eben. Er sagt selber, ich werde jetzt Bones dafür dissen, weil er sich über mich lustig gemacht hat. Ich gucke mir nochmal den Clip ungeschnitten an, also bei dem Interview selber, weil ich habe das Gefühl, nicht, dass hier irgendwie was geschnitten ist oder zurecht geschnitten ist. Deswegen, das ist schon mal wichtig, was abzuchecken. Dass du irgendwann, also für mich als Zuschauer hat sich das so ergeben, dass du irgendwann so entschieden hast, mir scheißegal, ich habe keine Maske mehr, ich habe gar keinen Bock mehr, nimmt mich so wie ich bin, nimmt meine Familie so wie sie ist, ich zeige alles, ist mir egal, was ihr denkt. Ich habe das gefeiert, weil ich sage, ich finde das geil. Ich habe ja auch so einen Schritt jetzt letztes Jahr, nee, dieses Jahr schon gemacht, wo ich auch gesagt, ey, hör mal zu, ich bin krank, ich habe Depressionen, lasst mich alle in Ruhe, seid ihr, habe ich auch Ruhe. Ich habe das Video gesehen. Danke, dass ihr euch da amüsiert. Ey, das ist voll, ey. Boah, das tut mir weh, wirklich. Das erste Mal, das wird schon schwierig. Ihr habt doch den Assoziator wüsst. Kein Respekt, mein Vater sieht das. Oder meine Mutter wird das sehen. Boah, der hat doch selber so eine Situation gehabt, wo du über seinen Schmerz redet, aber bei einem anderen lacht er. Kennst du das? Das ist, man will nicht das wüsst. Achtung. Boah, das ist meine Mutter. Ich habe doch gesehen, wie er gerade anfängt zu klingen. Bruder, bitte. Ich weiß, ich weiß nicht, warum er lacht. Es ist an sich, hast du eigentlich das Gefühl, also der Linke feiert das so mit und lacht mit. Ne? Ne? Es fühlt sich jetzt nicht dreckig an. Da bin ich ehrlich so, ne? Die Thematik Depression ist ja an sich eigentlich überhaupt keine witzige, ne? Im Gegensatz, ich glaube, jeder, der das mal erlebt hat, der weiß ganz genau, wie schwer das ist, darüber generell überhaupt mit deinen Nächsten zu reden. Erst recht noch über ins Öffentliche, erst recht noch mit einem Bushido, da überhaupt das Thema aufzugreifen. Und ich glaube, er wollte vielleicht so einen Deep Talk mit Bushido starten. So vielleicht so ein bisschen auf diese Kennegg Art. Ne? Ich müsste einmal erst mal wissen, warum Bushido hier lacht. Ich glaube nicht, dass er wegen den Depressionen lacht. Ne? Ich glaube, ich meine, offensichtlich hat er selber das Ganze erlebt. Und ich glaube, er selber weiß ganz genau, dass es nichts Lustiges daran gibt. Erst recht in der Zeit, wo man sie erlebt. Aber vielleicht löst sich das noch hier auf. Aber warum, 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 warum unter Support Streaming? Du hast ja das Gleiche gemacht. Scheiße, du hast dich. Weißt du, was ich mich gerade erinnere? Kennst du den Typen aus dieser holländischen Talkstadt? Wo der hat mich zu lachen, weil ich so... Wo der hat mich zu lachen, weil ich so... Wo der hat mich zu lachen, weil ich so... Wo der hat mich zu lachen, weil ich so... Das war leider fake. Das war ja gespürt. Ich bin kein Body-Language-Experte, damit ich das jetzt hier so richtig werten kann. Aber von meiner Erfahrung nach sieht das schon aus, als wäre ihm das jetzt ein bisschen unangenehm, dass Bushido gelacht hat. Das war echt. Das war von Herzen, Bruder, ja. Warte, der ist krank. Bruder, hör doch auf jetzt damit, Mann. Sorry. Einfach so, der schittert sein Herz aus und so lachen. Gibt es ihm mal was zu trinken in dieser Bude? Ich habe mir noch ein bisschen Spätigkeit. Aber nein, Bruder, guck mal. Geh mir mal diese Cola-Flasche. Nein, genau die, die habe ich mir den Mund draus getrunken. Nein, so eine geschlossene. Die daneben. Die will ich. Ich habe so Bauchschmerzen. Nein, Bruder, komm, lauf durchs Bild. Komm rein, Bruder. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, Bruder, egal. Ja, schon das Helfer. Ja, dass wir gleich sind. Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und dann wird da so direkt, oh mein Gott. Aber egal, trink an Red Bull, da kriegst du erstmal Energie. Ich habe dir gesagt, mach das, David, nicht. Ja, aber ich verstehe den Ansatz von Shayan, ne, 100 Prozent, dass er da definitiv vielleicht auch gedacht hat, man ähnelt sich da in einer Situation und das ist vielleicht ein guter Redepunkt, aber ich glaube nicht, dass Bushido das Thema prinzipiell mit den beiden in dem Interview hätte bequatschen wollen überhaupt, ne. Ich glaube nicht, dass er das gemacht hätte. So. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was er gesagt hat, was er jetzt sagt. Er hat so. Oh, schön. Krass, er hat das gesehen. Guck. Oh, krass, Digga. Also, was soll ich fragen? Zu Seite deiner Doku. Zu Seite deiner Doku. Inshallah, mach 5. So ein nächstes Thema. Ich gucke gar nichts mehr. Ich gucke gar nichts mehr. Okay, Bruder, eine ernsthafte Frage. Ich will das zu Ende gucken. Ich gucke gar nichts mehr. Okay, Bruder, eine ernsthafte Frage. Guck mal, du hast ja gerade angesprochen, dass ich mir dann irgendwann auch nicht mehr die Gedanken gemacht habe, wie Leute über mich reden, denken, ich weine im Fernsehen, ich sage, ich habe meine Frau mies angepackt oder was auch immer und so, weißt du, ich meine. Und letztendlich musst du ja auch damit leben, dass dann halt Typen das entweder positiv aufnehmen, negativ aufnehmen, die daraus einen Strick drehen oder die dafür Respekt geben. Jetzt habe ich mal eine Frage. Jetzt hast du gerade den Eindruck gehabt, dass ich dich auslache, obwohl du dich sozusagen mir geöffnet hast. Ist das wirklich so ein ekeliges Gefühl gewesen? Dass du mich auslachst? Nein, oder ist es nicht irgendwie so auch ein Zeichen, dass du sagen kannst, weißt du was, das gehört zu mir, ja klar, aber auch wenn die anderen lachen, ist mir scheißegal, weil ich bin so, wie ich bin. Also guck mal, ich bin in die Öffentlichkeit gegangen damit. Weil ich wollte noch einmal an dieser Stelle natürlich, wir machen viel Spaß und alles cool und lustig und so, aber ich möchte natürlich jetzt nicht den Eindruck haben, dass ich dich ausgelacht habe, weil du dich dorthin gesetzt hast und den Schritt in die Öffentlichkeit gemacht hast. Das sah genau so aus. Du bist halt einfach ein lustiger Typ. Achso, egal, was du sagst. Nein, natürlich nicht. Aber ich will nur damit sagen, wichtig ist doch eigentlich, wie du dich dabei geführt hast, oder? Was meinst du, wie viele Leute mich ausgelacht haben? Weißt du, warum ich mit diesem Hurensohn Bones ein Beef angefangen habe? Weil er mich genau für diese Situation ausgelacht hat und deswegen fick ich seine Mutter. So, verstehst du, was ich meine? So, und ich will dir nur sagen, du musst immer damit klarkommen, dass Leute halt irgendwie nicht mit der Reaktion kommen, die du vielleicht erwartest oder auch erhofft hast, weil nicht jeder halt praktisch mit diesem Fingerspitzengefühl auf deine Situation eingeht, aber es sollte doch nichts daran ändern, dass du nicht zufrieden bist, dass du das jetzt auch gemacht hast, was du gemacht hast, oder? Also guck mal, in dem Moment, ich weiß noch, wie ich mich die letzten, also als Videos online gekommen und wie ich mich drei Tage lang gefühlt habe. Und das war nicht so schlimm, wie gerade eben. Das Problem ist, was ich sage, ist, ja, ich verstehe, was Bushido meint und er sagt auch, er lacht ihn nicht aus, weil er sich geöffnet hat, aber er gibt nicht die Erklärung, warum er gelacht hat. Versteht ihr, was ich meine? Wo ich mir einfach die Frage stelle, wir haben auch gleich ein Statement von Bushido selber über die Situation. Deswegen, das wird auf jeden Fall interessant, dass er wenigstens selber den Grund ergibt zu sagen, ey, ich habe eigentlich nur deswegen gelacht. Sodass man jetzt zumindest ihm erklärt, so nach dem Motto so, ja, ey, das war jetzt wegen das und das. Verstehst du? Weil jetzt sieht es so aus, ich nehme both apps hier auseinander, weil er über mich, über meine Depression gelacht hat. Und dann denkt man natürlich von dem, was man jetzt gerade sieht, dass man am Ende des Tages ihm das selber dann vorwerfen kann, dass man halt selber über eine Bild-Pression gelacht hat oder geschweige denn über das Öffnen davon. Weil er sich über mich lustig gemacht hat, aber er macht das Gleiche bei dir. Aber was wolltest du jetzt sagen? Ja, alles gut. Ja, alles gut. Du hast ihn einfach seelisch gekillt. Das ist wie so jemand, der einen, der jemanden vergewaltigt und ihn danach so fragt, so ey. Nein, so küsse mich danach. Ja, ja. Und dann sich wundert, dass der keinen Kuss kriegt. Gott, wieso küsst du mich nicht? So, Schatz, ich gehe jetzt, du küsst mich, aber er bewegt mich nicht dabei. Er presst so. Ja, ja. Ich sagte so. Ja, das ist unangenehm. Ich muss ehrlich sagen, das ist, von dem, was ich gerade sehe, ist natürlich so ein Big Cut dabei, so, aber es ist schon unangenehm. Auch weil der Linke, das weiß man natürlich, wenn man den Podcast von Animus geschaut hat, der ist halt jemand, der ist sich nicht zu schade, auch wirklich auf dieses Fettnäpfchen, was hier offensichtlich nicht zu sehen ist, wirklich auch so richtig draufzutreten und das nochmal richtig deutlich zu machen. So. Aber wir waren natürlich auch, wenn es eine Art Statement gibt oder sowas, wenn man sich das so äußert, wollen wir natürlich auch der Möglichkeit geben, dass man etwas gerade stellt. Und wir haben ein komplettes Statement von Bushido zu dem Podcast mit Shayan und Niza. Schauen wir rein. Man hat natürlich als Zuschauer nur sich einen Eindruck machen, was da in diesem Zusammenschnitt, in diesem einstündigen Ding da halt zu hören ist. Und da hat man halt so das Gefühl, also ich habe mir das ja auch in den Stream reingezogen und ich habe auch so gedacht, so, hä, das ist voll komisch irgendwie, weil es hat so ein bisschen die Pointe gefehlt, so, weißt du, es gibt so einen drei Minuten Lachflash über Depressionen und that's it. Danach war er auch ganz ruhig, der Shayan. Danach ging es auch nicht mehr weiter? Also man hat dann auch das nicht mehr aufgelöst oder gab es dann auch dieses Gespräch auch miteinander oder war das dann auch, war das gar nicht mehr drin? Also ich habe da so das Gefühl gehabt, dass danach dann sich schnell auch anderen Themen gewidmet wurde. Also das wurde nicht so wirklich aufgeschlüsselt, nicht so wirklich aufgelöst, das Ganze. Okay, na dann haben sie es bewusst auch so geschnitten. Vielleicht wollten sie es auch einfach so haben, dass man halt da vielleicht ein bisschen polarisiert, die Leute ein bisschen dazu bringt, dann halt vielleicht auch sich in den Kommentaren auszulassen oder was auch immer. Ich meine, du weißt ja, wie es ist. Man bekommt natürlich auch durch sehr, sehr guten Content auch irgendwie Zusprache und auch Interaktion. Man bekommt aber auch für sehr fragwürdigen Content natürlich genauso viel Aufmerksamkeit und oder Interaktion. Und vielleicht gerade, weil die beiden natürlich auch aus der ganzen Satire, aus diesem Satire Bereich kommen, haben sie es dann vielleicht auch einfach mal darauf anlegen wollen und das dann halt einfach mal ein bisschen so, ich sag mal ein bisschen anders vielleicht darstellen oder wirken zu lassen, als es dann vielleicht letztendlich dann auch im Nachgang auch war? Also, da war gegen Ende so ein Big Cut, aber ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht wirklich darauf geachtet, ob wir im Zwischensegment oder allgemein im Segment Cuts gewesen sind. So, falls jetzt etwas war oder geschweige denn Bushido in dem ganzen Ding so eine Erklärung abgegeben hat oder so eine Art, was den Kontext verändert von dem Ding, fände ich das schon ein bisschen weird, das rausgeschritten zu haben. So. Oder er meint halt einfach das Segment, wo er zu Schein gemeint hat, ey, es sollte dir tatsächlich scheißegal sein, nach deiner Offenlegung, wie Menschen darauf reagieren. So. Ne? Weil du hast es ja eigentlich nicht dafür gemacht, für die Tatsache, dass Leute dich bemitleiden oder teilweise dich auslachen. So. Wenn er das meint, ja, das ist schon, sagen wir mal, das lässt den Clip jetzt nicht so brutal aussehen, trotz allem hätte ich mir definitiv viel mehr Fingerspitzengefühl gewünscht, also viel, viel mehr. Gerade in so einer Thematik, gerade auch, wenn man gemerkt hat, das war Schein extrem unangenehm. Hat den vielleicht auch, ich würde jetzt nicht sagen verletzt, aber zumindest ein bisschen gekniffen, so, ne? Das auf jeden Fall. Ja gut, dann ist es ein Stilmittel und dann muss man damit halt klarkommen. Also, wie gesagt, ich habe damit gar kein Problem. Also, es ist nicht so, dass du da irgendwelche Schnittvorgaben gegeben hast, ja, weil natürlich da auch direkt wieder hier aus der Hater-Fraktion, der Reaction-Youtuber und Streamer dann natürlich direkt wieder gesagt hast, guck mal hier, wie zerschnitten ist das, das hat doch alles Bushido gesagt. Also, du hast da nicht irgendwie Vorgaben gegeben, das und das muss raus oder das und das muss raus. Guck mal, ich kann mich nur wiederholen und da werden dir Nizar und auch Schein dasselbe bestätigen. Also, A, wusste ich nicht, wann es kommt. Ich wusste nicht, was kommt. Ich wusste nicht, dass sie überhaupt irgendwas geschnitten haben. Ja, ich wusste, dass wir uns getroffen haben und gesprochen haben. Ich wurde von keinem von beiden irgendwie angeschrieben. Vielleicht haben sie auch keinen Bock mehr gehabt, mit mir zu sprechen nach dem Podcast. Kann natürlich auch sein, aber ey, ich habe damit nichts zu tun. Also, kein einziger Schnitt kommt aus meinem oder ist nach meinem Gusto so passiert und deswegen, ey, Alter, und wen jucken jetzt auch die Leute, die sich da aufregen. Das war das Statement von Bushido zu dieser Sachlage. Haben wir das auch abgehakt? Arafat über den Boxkampf und kühlt Ibo und Barella. Also, für mich hat keiner sich blamiert. Ich sage dir ehrlich, egal wie jemand aus, egal wie jemand geredet hat, das ist Show. Wir wissen, Ibo ist auf TikTok, er macht Show, er unterhält die Leute, er ist ein Entertainer. Und Barella genauso. Okay? Deswegen werde ich weder noch gut noch schlecht über irgendjemand reden. Die haben die Leute unterhalten. Das wollten die Leute sehen. Entertainment ganz oben, 100 Prozent. Genau, das ist, es ging nur um Entertainment. Wenn man jetzt sagt, guck mal Kurt, Ibo, guck mal, Habibi, das sind beide keine Boxer. Für mich sind das beide Entertainer. Wenn Kurt, Ibo, hier reinkommt, wir lachen uns tot. Er unterhält uns, er macht schöne Witze, er macht schöne Zitate. Schön ist er nicht. Ich glaube, viele haben Probleme damit, dass Klaus unterscheiden. Es gibt wirklich Leute, dadurch, dass natürlich auch jüngere Zuschauer da sind. Die werden natürlich auch Kurt, Ibo, was dieses ganze gefährlichste Klamm aus Europas und diese ganze Mascherie, oder diese ganze Masche eher gesagt, die werden denen das zu einem gewissen Grad auch ein bisschen abkaufen. So, prinzipiell ist Kurt, Ibo, ein älterer Mann, der gefühlt seit Jahren keinen Sport mehr gemacht hat, der noch gefühlt vielleicht in seinen jüngeren Jahren vielleicht geboxt hat, aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr, der einen sehr, sehr ungesunden Lifestyle verfährt, den er selber so in Videos oder Stream-Ausschritten zugegeben hat. Da haben jetzt die Leute gedacht, dass er da reingeht und aussieht wie keine Ahnung was. Ich fand's lustig, das werde ich auf jeden Fall sagen. Klar fand ich die Raffelei am Ende des Tages ein bisschen ein Ticken zu schlecht. Dass ich gesagt habe, okay, das ist schon, also, dass ich gegenseitig da umarmen und wirklich kaum Schläge austeile, ist wirklich, also, grenzwertig, grenzwertig, sage ich. Aber ich habe niemals erwartet, dass Kurt da reingeht und aussieht, als würde er keine Ahnung boxen können, auf gar keinen Fall. Ja, 100 Prozent, wallah. Ja, ihr hört auch Kurt Ivo so. Kurt Ivo hat nie gesagt, er ist ein Mike Tyson. Nein, 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 nein. Er hat euch unterhalten. Alles gut. War geil. Ich bin gestorben verlachen, Wallah. Ich finde, jetzt sage ich dir ganz ehrlich, weder hat Kurt Ivo kassiert noch Barillo hat kassiert. Keiner hat kassiert von mir. Ja, aber das ist dann auch wieder dieses Kassieren. Stellt das so lichter, als wäre das so was Ernsthaftes zwischen den beiden gewesen. Das war es gar nicht. So, am Ende des Tages Barillo hat gewonnen. So, Kurt Ivo, Vaterzeit ist schon längst da, hat sich ein Leisbenbruch eingeholt. Und das war es dann halt so. Aber vom Kassieren zu reden bei so einem Kampf, ist dann genauso lächerlich. Als wie wenn man sagen würde, ey, Wallah, ich bin enttäuscht von Kurt Ivo, wie der gekämpft hat. Und dann, ey, beide waren kurz vor, äh, das habe ich denen beide gesagt, ja, beide können ausdauern. Und mächtig von Luft, war einfach. Wallah, weißt du, kannst du dich erinnern, hab ich gesagt, wer weniger ausdauert, wer weniger ausdauert. Machen wir nur, äh, Senat Gashi. Was mir an Senat Gashi? Arafat Abu Hamza, so vielleicht. Ich war gerade beim Sport, Wallah, was für Schlafen, Bruder, ich schlafe nicht. Ich mache weiter, Habibi, ich will nächsten Kampf wieder gegen ihn kämpfen und gewinnen, inshallah. Ja, inshallah. Aber, Bruder, ich habe vorhin nochmal dein Video anguckt, mein Vater und so. Wallah, du hast richtig geil gekämpft, aber du hast nicht einmal dein Gesicht gedeckt. Bruder, guck mal, ich sage dir was, ja, Habibi. Ja. Ich bin ein Kämpfer und wer kämpfen will, soll kommen. Ich kämpfe gegen jeden auf der Straße. Okay? Ich bin nett zu Leuten, die nett zu mir sind. Wer kämpfen will, ist kein Problem, ich kämpfe gegen jeden. Aber Hamza, darf ich dir einen Rat geben? Wallah, ich hoffe auch niemandem Angst. Darf ich dir auf, keiner sagt dir, du sollst Angst haben. Das sagt keiner. Aber, ich komme wieder, Habibi, ich komme wieder. Und nicht, aber Hamza, kämpfe auch nicht gegen jeden. Mach dein Training, ja, Box im Ring und alles ist gut. Besser. Mag, Wallah. Wallah, alles andere ist nur Kopfschmerzen. Ja, das sagt ja. Du sagst. Ey, es macht, wie man sagt, ich habe einen Scharrung und Nilo. So sieht es aus, Habibi. Genau so. Genau so. Super geil. Ja. Eine Frage habe ich an dich. Also ich fand Abu Hamza's Kampf mit Amar richtig gut, aber ich glaube, ein Rematch würde ich jetzt nicht wirklich füllen. Ich finde einfach jemand, der so eine Performance geliefert hat, wie Amar in seinem letzten Kampf, der hört sich damit belohnt, einen besseren Gegner zu kriegen. Oder einen Gegner, der ihm wieder natürlich in seinem Weg weiterhilft. So, wer das jetzt genau ist, da wüsste ich vielleicht, da wüsste ich natürlich einen, aber daher gehört ja auch die Paarung, die wird ja wieder wahrscheinlich wiederholt in Zukunft. So, dementsprechend schwierig, wie Schiechle, schwierig, wen ging wieder als nächstes Kevin Söder. Schwierig. So, zu guter Letzt ziehen wir uns das Weißnacht Spezial von Shindy rein. Okay, Shindy hat gestern zum Weihnachten einen Song gedroppt oder einen Song Snippet oder Song Ausschnitt und der soll für ein bisschen Wirbel gesorgt haben. Und zwar, zu guter Letzt, als letztes für heute. Let's go. Crystal Matte. Crystal Matte. es ist diese jesus chain ja 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 ist natürlich ein krasses bis das captain game allgemein oder chain game allgemein in deutschland ist gar nicht so ein wirklich Ist eigentlich weak, wenn man ehrlich ist, ne? Kaum einer trägt so ne krasse Change. Ist gar nicht so in der Kultur eingebunden in Deutschland oder in der Hip-Hop-Kultur. Ich glaube, hier mehr sind Uhren der Flicks, ne? Aber in Amerika, insane. Was die für Pieces machen, wie viel Geld die da reinballern. Ich rapper wie ein rotes Tuch, was soll ich sagen? Huren Söhne haten seit der großen Flut. Es ist einfach, wie ich ein Kalb schlachte. Es ist einfach, wie ich ein Kalb schlachte. Es ist einfach, wie ich Intervall fasste. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, das sind die. Es ist einfach, wie ich ein Kalb schlachte. Es ist einfach, wie ich Intervall fasste. Mein Mindset pushen, ich's falsch mache. Farids Mutterfick auf Kuligas Kristallmatte. Boah. Iiiiih. Also diese Mutterbeleidigung, die kommt mir mittlerweile. Rausgeschossen wie das Hallo am Morgen. Ist schon krass, ist schon krass. Ist schon krass, wie die Szene sich entwickelt. Ich sag euch ehrlich, so wie es ist. Dieses Ganze, ich fick dies, ich fick das, ich fick jenes, dieses. Da habe ich jetzt nicht persönlich Schindy gemeint. Natürlich hat Farid selberes auf dem Album gemacht, davor wieder, ne? Das ist jetzt einfach diese Dynamik zwischen den beiden. Aber es ist schon krass. Also zum Beispiel so und allein hätte man vielleicht von Schindy in den letzten vier, fünf Jahren niemals erwartet. Niemals erwartet. Mittlerweile droppt er die Dinger kontinuierlich. So. Ist natürlich rein von der Aussage her herbefanschend, muss man natürlich so sagen. Ist schon ein bisschen auch ekelhaft, die Aussage. Auch das auf jeden Fall. Ähm, aber ja. Schauen wir weiter. Du Schildkrötengesicht. Strichjunge macht mir einen auf Marvel-Film-Bösewicht. Ihr wollt alleinerziehende Mütter ficken, fangt mit euren eigenen an. Ich komm im Schlitten mit paar Bambis wieder Weihnachtsma... Ich... Ja! Ich finde, ich will wirklich diesen Brief, ne? Also auch gar keine verkehrte Line. Ihr wollt mit ein paar alleinziehende Müttern... Ihr wollt ein paar alleinziehende Mütter ficken. Fangt mit euren eigenen an. Alter, 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 Alter. Das sind Sachen, die gehen natürlich hart unter die Güttellinie. Aber prinzipiell Farids Album Asphalt Massaker 4. Äh, grundsätzlich hatte es auch diesen selben Ansatz wie bei Asphalt Massaker 3 mit Flair. Ja, dass Shindy da auch komplett, äh, fast in jedem Song eine Referenz hatte. Ich glaube sogar... Ich weiß nicht, welcher Song das war. Ähm, da hatte Farid gegen Ende des Liedes, ne? Angemerkt, ah, ich hab heute ja gar nicht... Ich hab ja, ah, ich hab ja gar nicht Shindy in diesem Track gedisst. Ne? Und dann, äh, äh, Shindy nur noten. So. Das ist bei denen mittlerweile... Das ist der Standard geworden. Crazy. Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht? Ich schwöre. Ich hab Attitude wie Edlu und ein Partyslovers. Don't as fuck, drunk as fuck, vorbestraft wie Farids Mama. Ich bin erst zufrieden, denn Mensch, tschüss und fliegen. Oh, oh, okay. Ah, nein, ah, nein, ah, nein, ah, nein, ah, nein. Vorbestraft, okay. Fängt der Brief an, auch persönlich zu werden? Teilweise, dass man jetzt Sachen anfängt, in den Tracks zu leaken über den anderen? Oder was ist jetzt mit dieser Line gemeint? Ja, BG, ich ficke Mütter und ihr müsst es lieben. Hahaha. Ich wurde ernsthaft in mich. Das ist eine Hink, Bruder. Hörst du das denn nicht? Das ist, ich weiß nicht, du hast es rufen, Baby. B-b-b-b... Das ist rufen, ne? Geh er denn? Ja. Das war das Video für heute. Vergiss nicht, mein Video zu lecken, den Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Peace. Peace.